Ja, moin Leute, da kriege ich wieder hier nochmal eine kurze Hand zu dem Bier, das ich die ganze Zeit nebenbei gepostet habe. Ja, ich kriege als König UTG in Gayways. Hier ist eine 3-Bett. Kann ich das folden? Ich würde sagen, no. Ich kann höchstens callen die 3-Bett, aber das stinkt auch. Und ich sage mir hier, ja, ich will verdoppeln. Ziel ist halt finalisch und nicht irgendwie rumdumpeln als Königster. Ein schöner Spot dafür. Ich stelle rein, hätte er ja schon so 4.000 gewonnen, würde er folgen. Ja, er überlegt, er hat Dame-Name, ja, der Klassiker 50-50 oder 43-56, wie das hier die Statistik sagt. Gutshot, 2 Overcards. Und jetzt wird es richtig ekelhaft für mich. Er hat ein Flaschtor, ich habe halt kein. Und da kommt sein Flaschhaus. Naja, das war's. Ich spiele wahrscheinlich nächste Woche nochmal, sollte da was Interessantes kommen. Halte ich euch auf den Lauf hin, denn ich sage wie immer, ciao Kakao und ja, dann schönen Sonntag.